Viele haben gesagt, dass sie mit der Spielvereinigung das Fußball verbinden, aber wir, also bei der Turnabteilung, wir sind ja im Breitensport und da möchten wir ein Angebot abgeben für die ganze Familie, von den Kindern angefangen bis zu den aktiven Senioren. Unser Programm ist auf drei Säulen gestellt, einmal Kinder- und Jugendprogramm, dann Gesundheitssport und Fitness und auch die Rehabilitation und zwar Herzsport. Unser Motto heißt Programm für die ganze Familie von 1 bis 3 Jahren, 1 bis 4 Jahren, das ist das Mutter-Kind-Turnen, dann das Gerätekinderturnen, das geht bis 14 Jahre. Wir haben auch eine Homepage, sind auch vertreten auf Facebook und eine Schnupperstunde ist jederzeit möglich, die ist sogar kostenlos. Man kann sich informieren, der Teilnehmer kann sich mit der Übungsleiterin oder Übungsleiter austauschen, wenn Fragen entstehen. Und dann kann man sich über das Internet, über die Homepage anmelden zu einem Kurs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017